Was für eine bittere Leistung für Lionel Messi. Der Weltfussballer wird von den eigenen Fans angesist. Die Ritz hat keine gute Laune bei Lionel Messi. Messi wurde ausgebaut. AFP, darum geht es bei Lionel Messi und PSG, die Beziehung scheint in Schwierigkeiten zu sein. Der Weltfussballer wurde ausgebaut. Der französische Fussballmeister Paris Saint-Germain musste seine nächste Heimniederlage hinnehmen. Das war der Nes.